Heute wird geratet, meine Lieben. Alle 22 Bücher, die in diesem Jahr besprochen wurden beim Literarischem Viertel. Welche sind die Besten? Welche haben nichts getaugt? Das große Rating startet jetzt! Das Literarische Viertel eröffnet seine Fortin. Hallo und herzlich willkommen zum großen Rating, Ranking oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Alle Bücher, die in diesem Jahr besprochen wurden, hier auf dem Kanal. 750 Abos sind voll. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Ich freue mich sehr. Mittlerweile geht es auch schon deutlich über die 750 drüber auf dem Weg zur 1000, hoffentlich in diesem Jahr. Wir werden es sehen, aber jetzt besprechen wir die besten Bücher im Jahr 2023. In der ersten Hälfte des Jahres natürlich. Das passt auch ziemlich gut, weil in den letzten Wochen ja eher noch ein paar Themenfolgen drin waren. Das heißt, es sind wirklich eigentlich bis Ende Juni so die Bücher drin. Ich habe natürlich nur die Bücher genommen, die ich auch selber gelesen habe. Es gibt Ausnahmen, die besprochen wurden, die ich nicht gelesen habe. Lena und Mandy haben Bücher auf den Kanal gebracht, die sie mir vorgestellt haben. Wenn ich sie selber nicht gelesen habe, dann kommen sie nicht in dieses Rating rein. Logischerweise natürlich. Ansonsten mache ich auch nur Bücher, die es in der Einzelrezension gab, die ich für sich besprochen habe. Nicht irgendwelche Bücher, die ich in Listen vorgestellt habe. Habe ich ja auch hier und wieder mal gemacht, ja, zu bestimmten Themen, zum Beispiel zur Adoleszenzliteratur. Da fließen dann nicht alle ein, sondern nur die, die wirklich einzeln besprochen wurden. Wenn es welche aus Listen gibt, die ihr nochmal in der Einzelbesprechung haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, sind wir bereit? Sag kurz davor, war wenig Schlaf die Nacht. Leider ein bisschen Krankheit hier im familiären Umfeld. Und es geht heute in Richtung See. Also heute geht es los von Berlin schon mal nach Nordrhein-Westfalen ins Sauerland. Und morgen geht es dann in Richtung Niederlande. Bis an die See, bis an die Nordsee. Ich freue mich sehr. Es wird mit Sicherheit eine schöne Zeit. Am Ende vom Video werde ich euch natürlich auch nochmal kurz sagen, welche Bücher mitkommen und welches Buch auch die Umfall gewonnen hat. Jetzt aber zum Ranking. Es ist gar nicht so einfach, weil ich habe 22 Bücher hier neben mir liegen. Ich muss sie natürlich immer holen. Ich konnte jetzt nicht hier komplett aufstapeln. Das wäre sehr unübersichtlich gewesen. Ich starte mit den Schwächsten, gehe hin bis am Ende Top 1. Wenn ich ein Buch nicht habe, habe ich mir ein kleines Kärtchen dafür gemacht. Manche Bücher sind aus verschiedenen Gründen im Umlauf. Und ja, da lassen wir uns natürlich nicht dran stören. Ansonsten versuche ich auch ein Sterne-Ranking zu geben. Null Sterne wäre das Schwächste. Fünf Sterne ist das Beste. Ganz einfach. Und ich würde sagen, wir legen los. So, ich mache mir immer so kleine Stapel. Wir fangen an. Ich habe mir eine Zettel hier unten gemacht. Ja, hier zwei Sterne. Beim ersten Buch würde ich vielleicht sogar anderthalb Sterne vergeben. Aber so im Zwei-Sterne-Bereich mit ein bisschen guten Willen. Das ist das Buch, was mir am wenigsten gefallen hat in diesem Jahr. War lustigerweise auch das erste Buch, was wir machen in diesem Jahr. Paolo Coelho, der Alchemist. Haben wir ausgiebig drüber gesprochen. Haben wir in einer Vierer-Besprechung gemacht. Und ja, mir waren das zu viel Binsenweisheiten. Mir war das zu viel, oh, ich sehe, wie die Welt sein muss. Und zu uninteressante Charaktere. Wirklich, ja, die Figuren haben nicht viel hergehalten. War mehr so eine Parabel. Ich kann verstehen, wenn einzelne Menschen hier viel drin finden. Für mich war es das nicht. Deswegen 1,5 bis 2 Sterne. Sagen wir 1,5 Sterne. So, auf Platz Nummer 2 kommt Mareike Fallwickel. Die Wut, die bleibt. Das Buch blieb nicht hier. Das Buch war von Mandy. Ich hatte es mir nur ausgeliehen. Ja, ich habe mich ausgiebig mit ihr darüber ausgetauscht. Es hat mir nicht gefallen. Also es war mir leider zu platt. Zu wenig vielschichtig. Zu wenig Facetten eines Themas. Zu viel vom Gleichen wirklich. Das hat für mich nicht funktioniert. Allerdings gab es durchaus Elemente in dem Buch, über die ich nachgedacht habe. Die ich für mich auch, ja, interessant fand. Die mich angestoßen haben zu gewissen Denkprozessen. Das heißt, ich sage jetzt nicht, dass es ein Katastrophenbuch ist. Aber mich hat es nicht so angesprochen. Also ich hatte Längen zwischendurch und dachte mir auch hier und da, gar keinen Bock mehr weiterzulesen. Und das ist kein gutes Zeichen. Deswegen Mareike Fallwickel direkt hinter dem Alchemisten. So, generell, also würde ich auch sagen, würde ich zwei Sterne geben. Ein bisschen stärker als Alchemist. Aber ja, das sind zwei Sterne. Generell bin ich übrigens sehr froh, mir ist aufgefallen, dass ich dieses Lesejahr bisher deutlich erfüllender fand, als das Lesejahr davor. Das liegt ganz einfach daran, dass ich viele Bücher selber ausgewählt habe, die ich wirklich lesen wollte. Und mich nicht unbedingt nach jemandem richten musste. Also ich habe mir die Bücher rausgepickt und habe dann gefragt, hey, hat jemand Bock, mit drüber zu sprechen? Mal war das der Fall, mal war das nicht der Fall. Aber ich habe einfach so gemacht, was ich wollte. Und ja, das hat für mich eigentlich gut funktioniert. Also das war eine super Entscheidung. Ansonsten gäbe es das litoralische Viertel wahrscheinlich nicht mehr, weil ja, das ist irgendwann einfach nicht möglich, sich immer zu viert auf ein Buch zu einigen und dann auch noch erfüllt mit den Büchern sein. Ich fand auch viele Bücher im letzten Jahr spannend, aber in diesem Jahr habe ich mir wirklich mehr rausgepickt, was ich wollte. Zum Beispiel auch Elena Hach, Grüne Gurken. Das fand ich jetzt sehr, sehr schwierig zu ranken. Ich würde sagen, 2 bis 2,5 Sterne. Allerdings muss man ja wirklich sagen, das ist jetzt in meinem subjektiven Ranking. Als Jugendbuch würde ich sagen, 4 Sterne. Als Buch für mich, der ein Erwachsener ist, 2,5. Es war nett. Ich hätte Spaß, es zu lesen, aber die ganz großen Themen in der Intensität, die ich als Anfang 40-jähriger Mensch brauche, das noch nicht. Deswegen, ja genau, also nettes Erlebnis. Lena Hach auch super sympathisch. Ich würde auch jederzeit wieder Lena Hach Bücher lesen. Ich würde das auch in der Schule mit Kids lesen, definitiv. Also gutes Buch, aber in meinem Ranking leider eher ein bisschen weiter unten. So, ebenso, Susanne Goga, Leo Berlin. Fand ich schwierig, ist natürlich dessen geschuldet, dass ich vorher schon Volker Kutscher gelesen habe. Und das hier ist wirklich nah dran. Es verschwimmt jetzt irgendwie alles. Also ich weiß jetzt schon kaum noch, was in Leo Berlin genau alles vorgekommen ist. Ja, Wunderheile mit dem Jade Buddha erschlagen. Wenn ich es lese, auf den Klappentext dann kommen auch so einige Sachen wieder. Was mir auch aufgefallen ist, was ich nicht so gerne mag in Krimis, ist, wenn aus der Mördersicht von Anfang an geschrieben wird, irgendwie möchte ich den Ermittler und nicht den Mörder als Personalenerzähler. Ja, also ich werde auf jeden Fall weiterlesen bei Susanne Goga. Aber ich finde, insgesamt ist sie ganz gut. Trotzdem hat mir Volker Kutscher besser gefallen. Obwohl der Herr im Krimi-Buchlein gesagt hat, hier ist Susanne Goga. Die ist eine Schippe über dem Kutscher. Stimme ich nicht zu. Fand ich Volker Kutscher besser. Zumindest den Ersten, ne? Nassen Fisch. So, auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 ist es jetzt. Der fünfte Platz. Dörter Hansen, Altes Land. Ja, da sieht man, dass die Liste auf jeden Fall qualitativ sehr gut ist. Weil mir hat Dörter Hansen und Altes Land eigentlich ganz gut gefallen. Aber fehlte irgendwie so eine Schippe, ne? Ja, also auf jeden Fall solide 2,5 Sterne. Aber irgendwie, ja, also die anderen haben mich mehr gekriegt als sie. Ja, ich möchte auf jeden Fall Mittagsstunde lesen. Und ich hoffe ja, dass die Anne nochmal mit mir Mittagsstunde lesen wird. Ja, das kommt sicherlich dann irgendwann. Aber aktuell noch nicht. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich nach dem Buch gesagt habe, so, wow, ich muss direkt weitermachen. Ja, also ich, ja, ich fand das schon ganz gut. Also sie hat einen coolen Style. Aber so sehr gecatcht wie manch andere hat es mich leider nicht. 2,5 Sterne. So, dann das letzte 2,5 Sterne. Ja, es wird jetzt fließend. Und Lightfall von Tim Probert, ne? Heißt der, glaube ich. Ja, Probert. The Girl and the Gildurian. Das ist der zweite Band von zwei Graphic Novels, in denen eine sehr bezaubernde Welt aufgemacht wird, die sehr langsam erzählt wird. Ich finde, Lightfall kann ich schwer einschätzen, weil es sind jetzt die ersten beiden Bände. Ich hatte darüber gesprochen, nachdem ich den ersten Band gelesen hatte und war, glaube ich, gerade mittendrin beim zweiten Band. Aber ich weiß ja noch nicht, wohin die Reihe geht, ne? Also, wenn ihr seht, das Artwork, ich finde das großartig, ne? Hier diesen riesen, äh, ja, diese riesen Krabbe hier zum Beispiel. Und diese ganzen zauberhaften Welten, die da aufgemacht werden. Ja, also hier sieht man mal so die Panoramen, etc. pp. Äh, ist sehr cool. Wenn euch Graphic Novels gefallen, schaut euch mal meine Review von Lightfall an. Für alle, die Fantasy mögen und für alle, die, ja, auch ein bisschen Geduld haben, dass die Story in Gang kommt. Ja, ich bin gespannt. Also, ich werde bei der Serie dabei bleiben. Dennoch bisher nur 2,5 Sterne. Ich sehe aber, dass einiges aufgebaut wird. Also, dass auch so die, äh, ja, Freund-Feind-Linie nicht so klar ist, wie das am Anfang schien. Da wird jetzt schon einiges durchbrochen. Und, äh, ja, ich fand's spannend. Ich fand's spannend. Genau, spannend war auch das Nächste. Ja, jetzt, äh, baue ich den Stapel weiter auf. Als nächstes auf der Liste kommt von Alex Bär unter Wölfen. Haben wir noch nicht besprochen. Ich mach's jetzt aber trotzdem mal in die Liste. Ist eine absolute Ausnahme. Weil Lena hat es besprochen. Es gibt eine ausgiebige Review hier auf dem Kanal. Ich hab das Buch auch gelesen. Ich werd noch mal eine Rückbesprechung mit ihr machen. Aber, äh, ich kann schon mal spoilern. Ich fand's so mittel. Ich fand's sehr spannend. Es hat einige Stärken. Aber, ja, so ganz umgehauen hat's mich nicht. Da, da fehlt dann doch irgendwie noch einiges. Deswegen landete es mit guten 2,5 Sternen direkt vor Carsten Düss. Das Kind in mir will achtsam morden. Mein liebster Band aus der Achtsam-Morden-Reihe. Ähm, ich fand den deutlich stärker als den ersten. Wir werden drei und vier noch, äh, besprechen. Hab ich auch schon gelesen. Genau, also Sachen, die ich schon gelesen habe, aber die ich nicht, äh, reviewed habe. Die kommen natürlich nicht hier rein. Deswegen, ja, zu denen spoilere ich jetzt natürlich so ein ganz klein bisschen meine Meinung. Aber, das werden wir in einer großen Runde dann nochmal, äh, besprechen. Das Kind in mir, äh, will achtsam morden. Hat mir wirklich Bock gemacht. Also, ich fand, das war der gelungenste Teil dieser Reihe. Und, äh, ja, schön bissig, äh, zynisch und coolen Antagonisten, bei denen es echt Spaß gemacht hat, ihn zu hassen. So, jetzt kommen wir in den Bereich Drei Sterne. Und da starten wir direkt mit einem Klassiker. Drei Sterne. Die Reihe wird gestartet mit The Picture of Dorian Gray. Ich weiß, es ist nicht so einfach, dieses Buch einzuordnen. Oscar Wilde hat da, ja, einen sehr interessanten Roman, äh, verfasst, der streckenweise sehr, sehr stark ist. Aber streckenweise halt auch ein bisschen langatmig. Und da haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen. Harald hat uns einiges am Background gegeben. Ich finde, ein Klassiker, den man auf jeden Fall lesen sollte. Aber nicht einer meiner Lieblingsklassiker. Ja, aber die Story an sich, das Storygerüst, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde, ähm, ja, es ist eine coole Idee. Es sind coole Figuren. Es gibt, äh, coole, ja, Dialoge so zwischendurch. Sehr bissig. Schöne Satire. Aber so völlig geflasht hat's mich dann nicht. Dann als nächstes in der Reihe. Felix Lobrecht, Sonne und Beton. Ja, also hier drei Sterne. Äh, genau, bei Felix Lobrecht. Also ich muss schon sagen, es ist witzig eigentlich, so Oscar Wilde und Felix Lobrecht dann nacheinander zu haben. Das hier läuft unter Thema Authentizität. Und das habe ich gefühlt hier in Neukölln, in Kreuzberg, als Lehrer arbeitend, Schulwesen kennen. Und diese vier Jungs, die ihr Unwesen treiben und irgendwie zu Geld kommen wollen oder müssen, fand ich richtig gut. Ähm, fand ich, wie gesagt, stärker als im Film. Und, ja, absolute Leserempfehlung. Also, ja, es ist jetzt literarisch vielleicht nicht so der aller, 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 aller weiteste Wurf, aber ich finde, es ist echt gut. Es ist echt gut. Ähm, an der Sprache stören sich mit Sicherheit viele. Es ist viel umgangssprachlich dabei. Man muss mit sowas klarkommen. Aber ich finde, das ist auch was, was Literatur ausmacht. Literatur kann nicht immer gleich klingen. Kann nicht alles so schön klingen wie bei Oscar Wilde. Felix Lobrecht, auch mal lesen. So, dann als nächstes ein Buch, was mir viel Freude bereitet hat. Baba Dunjas letzte Liebe. Wenn ich an unsere Review denke, dann denke ich mir irgendwie, es muss doch schon ewig her sein. War gar nicht ewig her. In diesem Jahr, im März oder so, haben wir das gemacht. In der Runde mit Joyce, mit Ulrike und mit Harald. Sehr kontrovers über das Buch gesprochen. Mir hat Baba Dunja sehr gut gefallen. Ich fand die Protagonistin sehr cool. Ich fand das Setting sehr cool. Wie Harald gesagt hat, am Ende verliert es sich so ein ganz kleines bisschen. Ich habe ja auch noch mehr von Alina Bronski jetzt gelesen und muss sagen, es geht noch stärker. Es geht noch ein Stück stärker. Aber ich würde sagen, fast 3,5 Sterne. Dann kommen wir. Ich habe mir hier so zwei Reihen aufgemacht. Und jetzt kommen wir schon zu den sehr starken. Das ist die zweite Reihe. Das sind Bücher aus diesem Jahr, bei denen ich sagen würde, wenn man einen ähnlichen Geschmack hat wie ich, auf jeden Fall lesen. Wir kommen in den Vier-Sterne-Bereich. Oder 3,5 bis 4. So in etwa. Ein ganz dicker Klopper. Brad Easton Ellis, The Shards. Als Erster auf der Grenze. Diejenigen, die die Review gehört haben, wissen, wieso ich ihn auf der Grenze einordne. Ich hatte wirklich zwischenzeitlich damit zu kämpfen. Es war nicht einfach. Aber dieser Roman ist mir im Gedächtnis geblieben. Wie so ein guter Wein. Er reift, er reift. Und er reift sehr nach. Ja, im Nachhinein sage ich, das Buch hat mich schon mitgenommen. Und auch wenn er ein bisschen kämpfen musste. Er hat sich schon gelohnt. Ich fand das Finish auch sehr cool. Cooles Finale am Ende. Und ja, wirklich eine Psycho-Geschichte, die wundervoll konstruiert ist. Deswegen The Shards. Kann man eine Chance geben. Aber es ist langwierig. Man muss sich darauf einstellen, dass man Zeit mitnimmt. Und ebenfalls lang, aber nicht langwierig, fand ich Lessons in Chemistry. Ich weiß, das ist auch nicht jedermanns Sache. Ich weiß, ich habe gesagt, ein bisschen Telenovela. Aber ich fand es unglaublich unterhaltsam. Richtig, richtig unterhaltsam. Deswegen, also hier kann ich wirklich vier Sterne geben. Weil ich finde, es muss auch nicht immer die ganz große Literatur sein. Sondern es kann auch mal einfach richtig gute Unterhaltungsliteratur sein. Vielleicht ist es nicht mega krass durchrecherchiert. Aber die Emotionen kamen in mir hoch. Und mir hat das Bock gemacht. Also Lessons in Chemistry war ein Quick Read in diesem Jahr. Und ja, ich stelle das mal runter. Sonst kippt mir das gleich in den Kaffee. Uah! So, jetzt hier. Platz für die ganz Großen. So, als nächstes mein Kärtchen. Der Name der Rose. Ihr seht, ich habe gezeichnet. Der Name der Rose. Klassiker. Auch Kriminalfall. Aber man lernt auch sehr viel über die Kirche dazu. Und die ganzen kleinen und großen Sünden, die sie so über die Zeit begangen hat. Umberto Eco hat da wirklich einen sehr krassen Roman gestrickt. Und er hat auch Längen zwischendurch. Aber ich finde, zu Recht ein Klassiker. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn gelesen habe. Ich gebe vier Sterne für Der Name der Rose. Mehr Bock noch gemacht und ohne Längen. Der Mann, der nicht mitspielt. Christoph Weigold, Hollywood 1921, Hardy Engels, erster Fall. Weil diese, meiner Meinung nach, sehr gut recherchierte Zeichnung von Hollywood 1921, die kann man sich auf jeden Fall super geben. Also, ich fand das mega krass interessant. Und auch ein sehr cooler Kriminalfall. Einige Twists, die sehr interessant sind. Auch ganz cool. Der Name der Rose und Christoph Weigold hier so nebeneinander. Ich finde, die passen eigentlich auch ganz gut zueinander. Also, man geht in die Vergangenheit, man recherchiert wirklich tief. Und dann noch ein cooler Kriminalfall drauf. Ja, das passt, meine Lieben. Dann noch ein klein bisschen mehr drauf. Vielleicht sogar 4,5 Sterne. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow von Gabriel Seven hat mir richtig gut gefallen. Fand ein ganz ungewöhnlicher Roman. Ich habe mir eine Switch geholt für die Ferien. Dass ich mal wieder ins Thema Gaming reinkomme. Ich hoffe, die Berit freut sich jetzt und lobt mich dafür. Ich will auch mal wieder ein bisschen zocken. Und wenn dieser Roman nicht gewesen wäre, hätte ich das vielleicht nicht in Angriff genommen. Vielleicht bereue ich es. Aber ich habe ja eigentlich gar keine Zeit. Aber ich finde, im Urlaub muss man was anderes machen. Und ja. Jetzt kommen die ganz großen. 5 Sterne. Also alles, was so in 5 Sterne Bereich reingehen kann. Und da bin ich echt froh, dass einige dabei sind, die ich so einordnen würde. Als allererstes. In der roten Ausgabe. Die hat mir besonders gut gefallen. Hemingway. The Old Man and the Sea. Klassiker, der mir deutlich mehr Bock gemacht hat, als beim ersten Mal lesen. Und in dieser tollen Reklamausgabe mit dem Vokabular drunter. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also ich finde, es ist einfach ein großartiger Roman, den irgendwie auch jeder lesen kann. Oder? Also ja. Großartig. 5 Sterne für Hemingway. Dann weiterer Klassiker. Erich Maria Remarque. Im Westen nichts Neues. Toughes Thema. Ich habe alle Verfilmungen mir reingezogen. Und wir haben über eine Stunde drüber geredet. Harald und ich. Ich finde, ja. Verdient auf jeden Fall in der 5 Sterne Liste dabei. Bin ich froh, dass ich ihn gelesen habe. Ein sehr, sehr interessanter Klassiker. Ebenso äußerst froh, ihn zu lesen, war ich bei Blue Skies. TC Boyle. Ja. Hat mich richtig geflasht. Also hätte ich nicht gedacht, weil ist auch ordentlich dick. Aber das war wirklich Quick Read. Also da bin ich echt durchgesuchtet. Kann sein, dass ich den im Nachhinein nochmal Schwäche einordne. Ist der erste TC Boyle, den ich gelesen habe. Kann sein, dass ich im Nachhinein nochmal sage, ja, aber hier und da und da von TC Boyle war besser, weil ich werde mehr von ihm lesen. Aber der erste hat immer einen, ja, besonderen Posten. Und ich finde, 5 Sterne verdient. Und jetzt die richtig, richtig großen 5 Sterne Romane. Wie gesagt, sehr subjektiv. Ich denke, da werden wir viele auch widersprechen. Aber, ja, ihr müsst einfach dran denken. Es ist eine subjektive Liste und es geht wirklich darum, was hat mir richtig Bock gemacht in diesem Jahr. Und da sind dann, ja, auf den letzten drei Plätzen, beziehungsweise die letzten werden die ersten sein. Vorhin habe ich gesagt, Platz 1, Platz 2. Ne, ist natürlich Quatsch, ne. Also, es ist jetzt nicht Platz 19, 20, nee. 20, 21 und 22. Das sind die Nummern der Bücher, aber die Plätze sind natürlich 1, 2 und 3. So, wir fangen an. Es ist schwer. Es ist wirklich, wirklich schwer. Ich finde, sie sind alle ziemlich gleich auf. Ja, aber ich muss mir entscheiden. Ich habe gesagt, ich ranke alles. Deswegen mache ich das mal. Okay, auf Platz 3. Stephanie Vorschulte, Junge mit schwarzem Haaren, im Diogenes Verlag erschienen. Unglaublich Bock gemacht. Also, da habe ich ja auch eine Review gemacht, habe Mandy eben vorgestellt. Must-Read-Roman auf jeden Fall. Sehr schwarzhumorig, gute Satire. Sehr skurril, in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Welt. Wirkt ein bisschen wie Game of Thrones. Ist auch nicht lang, aber da macht sie trotzdem eine riesen coole Reise auf. Also, das, ja, so viel, so dicht in so einen Roman rein zu pressen. Also, Chapeau. Jeder Satz sitzt. Stephanie Vorschulte, Must-Read, würde ich sagen. Ja, und dann, ihr seht es schon, ja, wir machen es so. Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens von Uli Lust. Auch hier habe ich ein bisschen mich künstlerisch betätigt, weil Mandy hat nämlich den Roman noch vor mir. Glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Ich habe ihn nicht hier gefunden, also wird sie ihn noch haben. Den hatte ich ihr ausgeliehen. Ich fand es richtig cool. Biografische, Graphic-Novel, Reise von Österreich nach Italien, die völlig krass ist. Und wenn man darüber nachdenkt, dass sie das alles irgendwie so erlebt hat, fand ich wow. Also, hat mich richtig geflasht. Und die Nummer 1 hat mir richtig gut gefallen. Alina Bronski, Scherbenpark. Das Buch hat mir am meisten Spaß bereitet in diesem Jahr. Ich fand es einfach großartig. Also, bei Kiepen, Oheuer und Witsch erschienen, ist aus dem Jahr, ich glaube 2008, ja, 2008. Vielleicht, weil ich in einem ähnlichen Alter bin. Vielleicht, weil ich diese Zeit 2008 so ganz gut im Kopf habe und das irgendwie alles super gut nachvollziehen konnte. Und weil ich die Thematik so spannend fand. Und ja, weil ich so Coming-of-Age-Geschichten auch echt gerne mag, wenn sie richtig gut gemacht sind. Und die ist richtig gut gemacht. Also, grandioses Buch, grandioser Debütroman von Alina Bronski. Und auch der Grund, wieso ich definitiv mehr Alina Bronski lesen will. So, meine Lieben, ihr seht schon, hier oben ist ein bisschen leer geworden, weil die jetzt alle hier unten stehen. Der Turm wackelt ein bisschen, aber ja. Wie fandet ihr mein Ranking? Konntet ihr es nachvollziehen oder sagt ihr, oh, der Vollenberg, was der da erzählt, was ein Quatsch. Alles in Ordnung. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich sage euch noch kurz, wofür ihr gestimmt habt. Wenig überraschend. Von den drei Büchern, die zur Auswahl stand. Paula Fox auf den dritten Platz gekommen. Auf den zweiten Henry Miller, stille Tage in Klischee. Danke nochmal für den Hinweis zur Aussprache. Paula Fox 16%, Henry Miller 28% und überwältigend gewonnen, dachte ich mir schon fast. Francois Sagan mit 56%. Bonjour Tristesse. Somit kommt das auf jeden Fall mit. Und ich bin sehr gespannt. Ja, also zack. Wir müssen eh gleich los. Ich mache hier schon unter Zeitdruck. Ja, es geht gleich in den Urlaub. Ansonsten kommt natürlich mit The Satanic Verses. Und Stefan, die Vorschulte, habe ich gerade schon drüber gesprochen. Schlangen im Garten kommt ebenfalls mit. Das sind die nächsten Romane, die jetzt auf jeden Fall eingepackt werden müssen. Schlangen im Garten habe ich schon fast durch. Deswegen, da wird noch ein bisschen was gelesen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde jetzt noch meinen Kaffee schnell fertig trinken. Dann geht es ab zum Zug. Und ich wünsche euch weiter einen wundervollen Sommer. Ich hoffe, das Ranking hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Nächste Woche Donnerstag. Da mache ich eine Review zusammen mit Lena zu Volker Kutschers, der nasse Fisch. Und ich kann euch sagen, das wird auch sehr interessant. Also, bis dann. Lasst euch gut gehen. Adios. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.